Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ich bin Sebastian Gemko und ich bin als Wissenschaftsminister zuständig für die Hochschulen im Freistaat Sachsen. Immer zu Jahresbeginn geben unsere Universitäten, Fach- und Kunsthochschulen und die Berufsakademie Sachsen einen Extra-Einblick in ihr breites und vielfältiges Studienangebot. Am 13. Januar werden die Türen wieder geöffnet oder vielmehr die Internetfenster, denn wegen der Corona-Pandemie findet der Tag der offenen Hochschulen erneut online statt. Sie können also von zu Hause aus am Rechner studieren probieren. Es gibt Live-Chats, Online-Seminare, virtuelle Campus-Rundgänge und noch vieles mehr. Es lohnt sich auf alle Fälle für alle Studieninteressierten in die Campus-Welten einzutauchen. Was Sie wo erwartet, das finden Sie auch über unsere Seite packdeinstudium.de. Lassen Sie sich begeistern, hier an der Universität Leipzig.